hallo freunde neue runde neues glück wir müssen wieder ein sieg einfahren key ist teammates wir machen so gute runden und was ist teammates scheiße ich hoffe jetzt haben wir mal ein bisschen mehr glück von den bildern her von den profilbildern sieht das schon wieder nach grütze aus aber die inneren werte zählen das wissen wir hier zählen die kills und nicht irgendwelche inneren werte ich habe noch nicht mal einen vernünftigen skin mal sehen wir laufen direkt links runter weg da platz man davon hier kommen sie ich habe hier hinten eingesehen hier oben im haus ich habe mich denn da jetzt angeschossen da kommt einer vielleicht hier oben drin genau da oben nein wir haben auf jeden fall getroffen nein ekelhaft ekelhaft wenn er da ankommt gibt's nicht hier rechts hol dir den hol ihn dir hol ihn dir jawoll kaputt hier links er wollte mich messern was ist mit dem ist mit dem air strike einsetzen in der mitte na komm da oben wenigstens einer gar nix da oben ok haben die geklete geht da kommt er meine güte was ist mit ihm Der hat ja Bock gehabt So, ich war mal eben Hier, hier Da Ah, Mann Jawohl, sauber Endlich wieder ein Sieg Meine Güte Bis jetzt läuft es mit der MX-9 echt gut, muss ich sagen Bin echt zufrieden Ich glaube, wir sind jetzt Elite 1, ne? Wir müssen jetzt Elite 1 sein Es geht Wow Was denn, was denn? Der ist besser als ich Jawohl Es geht voran, Freunde Legendär werden wir, glaube ich, nicht werden Das schaffen wir nicht Ja, komm, gib her die Karten Gebrauchen Sehr schön Haben wir gut gemacht 20 zu 3 Ich denke, das kann sich sehen lassen Perfekt Warum hat der andere denn mehr Punkte? Naja, gut Wie auch immer Danke, dass ihr dabei wart Wir sehen uns im nächsten Video Und die Fahrt geht weiter nach oben Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt Bis dann Wir sehen uns im nächsten Mal Wir sehen uns im nächsten Mal